ich weiß nicht ob das viel oder wenig ist sieht man gar nicht kommen schnick schnack schnuck einmal entscheidet wir wollen ja weitermachen okay wir können auch die münze entscheiden dafür haben wir es doch auf der zahl ich sage kopf wenn ich gewinne ich entscheide ich du sagst kopf ich sag kopf du entscheidest du entscheidest ob du trinkst oder ich trinke du hast doch gesagt ja du hast gewonnen das heißt du entscheidest ob du so ob du trinken willst oder ich trinke oder ihr seid so ewig mischt damit meine pfsi was war das jetzt 20 sekunden hinhalten das kann doch gar nicht so schlimm sein und ich will jetzt auch ausprobieren ich trink das jetzt auch ich habe keine keine stoppuhr schluckst einfach und also du musst es im mund behalten mitgehangen mitgefangen ich weiß es auch pura ich weiß es nicht Vielen Dank. Vielen Dank.